Ja, hallo und herzlich willkommen zur Intermarket-Analyse für die Finanzmärkte. Heute ist Sonntag, der 29. Januar. Der Januar neigt sich dem Ende zu. Zeit, eine erste Bilanz zu ziehen und daraus eben Wahrscheinlichkeiten abzuleiten, wie es weitergehen könnte. Dazu gibt es einige interessante Tendenzen in den Indizes, die ich euch zeigen möchte. Und danach gehen wir auch auf Termine ein, denn da kommt in der nächsten Zeit auch einiges auf uns zu. Es wird spannend nach dem Intro. Ja, und das, was ihr hier seht, das ist die Übersicht, die ich zusammengestellt habe von den Aktien, Devisen, den Rohstoffen und auch den Anleihenmärkten. Und die werden wir jetzt schrittweise durchgehen. Die wichtigsten Punkte werden wir besprechen, denn in dieser Tabelle hat sich einiges getan. Die Aktienmärkte haben einen soliden Januar trotz des schwierigen Jahres 2022 hingelegt. Und die US-Technologie scheint die Risikofreude der Anleger wieder anzuziehen. Ich habe euch jetzt hier mal den Start in das Jahr mit ein bisschen Rückrechnung hier übereingestimmt. Oben seht ihr den S&P 500. Da seht ihr, wir haben einen 7% Januar hingelegt. Im letzten Jahr, dieser schwache Start, war es ähnlich, nur eben in die Gegenrichtung. Insgesamt, der Durchschnitt in der Rendite liegt bei einem Mittel von einem Prozent, also gerade so ausgeglichen. Und im Nasdaq sieht es nicht anders aus. Da seht ihr, das ist von der Volatilität nur noch etwas intensiver. Aber mit 11% haben wir schon einen sehr, sehr starken Start in das Jahr. Und darunter seht ihr hier den MSCI World als Vergleich. Da ist der Durchschnitt größer als zum Beispiel bei den amerikanischen Indizes, obwohl der MSCI World ja zur Hälfte eigentlich aus amerikanischen Aktien besteht. Und darunter habe ich euch nochmal den DAX Performance Index eingeblendet. Der hat mit 8,8% auch einen soliden Start hingelegt und hat im Schnitt das beste Mittel. Ja, damit kann man zusammenfassen, dass die amerikanischen Märkte in einer gewissen Weise aufholen wollen. Die Tendenzen zeigen sich hier gerade und das werden wir gleich in der Detailanalyse in Teil 2 unseres Intermarket-Paketes genauer aufarbeiten. Man kann aber jetzt schon sagen, die Spekulation nimmt wieder zu. Aber ich habe mal nachgeschaut, das Niveau vom Jahr 2020, das ist noch nicht erreicht. Und insgesamt sind auch die Voluminas aktuell eher auf niedrigem Niveau. Ja, woher kommt dann der Optimismus? Der kommt etwas aus dem makroökonomischen Aufhellen. Man spekuliert darauf, dass die Zinserhöhungen verlangsamt werden könnten. Und das zeigt sich auch in der Tendenz her in unserem Intermarket-Index, also einer unserer Crash-Indikatoren. Aber der liefert noch kein neues Signal. Und diesen Bärenmarkt-Indikator, den werden wir uns gleich nochmal genauer anschauen. Ja, die im Laufe der Woche veröffentlichten Konjunkturdaten, die scheinen das, ich nenne es mal, Lieblingsszenario der Anleger zu unterstützen. Eine leichte Konjunkturabschwächung, ein gewisser Inflationsrückgang und damit eben wieder die Chance auf wachstumsfreundliche Politik der Zentralbanken. Man will, dass die etwas vom, ich sag mal, Bremspedal runtergehen, einknicken, einen Pivot machen. Ob das kommt, wir werden sehen. Ich habe euch hier mal eine Grafik von Fatwatch, also CME Group, eingebrändet. Und da seht ihr, mit 98,4% wird eingepreist, dass der Herr Paul, also der US-Notenbank-Chef in Kürze, die Zinsen um 0,25% heben wird. Dies ist aber so in den Märkten eingepreist. Wichtig wird die Rede danach sein, also seine Kommentierung, eine Bestätigung, dass die Straffung dieses Zinses nun beendet wird. Das würde wahrscheinlich zu weiterem Optimismus führen. Dann würden die Bodenbildungen, die sich jetzt gerade andeuten, tatsächlich bestätigt werden. Und dann könnte der übergeordnete Trend fortgeführt werden. Andernfalls, wenn in der Rede tatsächlich wieder ein hawkisches Bild abgeworfen wird, oder eben auch negativ überrascht wird, dann könnte ich mir auch schnell Enttäuschung vorstellen. Und das werden wir uns gleich in den Handelsmarken in der Detailanalyse genauer anschauen. Interessanterweise fällt das Sentiment der US-Börsenbriefschreiber. Und währenddessen habe ich mir mal den Fair-and-Greed-Index angeschaut. Der wiederum steigt und notiert auf hohem Niveau. Und ich interpretiere das so, dass das tendenziell eher eine Kontraindikation darstellt. Das wird natürlich von der Berichtssaison einigermaßen auch mit abhängen. Die läuft gerade so lala, aber da kommt in der nächsten Woche ein richtiger Hämmer. Die können auf der positiven wie auf der negativen Seite einschlagen. Vom Sentiment her befinden wir uns auf einem Niveau, in dem ein Wendepunkt in den letzten Monaten wahrscheinlich wurde. Aber nicht, dass ihr mich falsch versteht. Im übergeordneten Bild kann diese Stimmung tatsächlich noch weiter in ein oberes Extrem hineingehen. Das seht ihr hier unten, das wäre dann die absolute Gier. Aber ich denke, da wird die Rede von Herrn Paul einen sehr, sehr wichtigen Grundpfeiler legen. Und der könnte das Ganze dann eben in die eine oder andere Richtung beschleunigen. Wie sieht das Ganze saisonal aus? Saisonal sind Vorwahljahre ja überdurchschnittliche Jahre. Und ich habe sie hier mal eingeblendet. Und insgesamt ist die erste Jahreshälfte statistisch gesehen sehr, sehr positiv. Aber wenn man genau hinschaut, dann ist der Februar und der März eher durchwachsen. Da werden wir auch mal runterbrechen auf die Jahressaisonalität. Da werde ich euch in der Detailanalyse ganz frische Auswertungen zeigen, wie hoch die Trefferquoten und wie hoch die, ich sage mal, Auszahlungsraten zur Unterseite stehen, damit wir unter uns ein besseres Bild machen können. Also auf die Saisonalität schauen wir gleich in der Detailanalyse nochmal sehr, sehr genau. Gut, ja, und damit könnte man ein erstes Zwischenfazit ziehen. Die Marktstimmung scheint günstig und es wird spannend in der nächsten Woche erwartet, wie die geldpolitischen Entscheidungen ausfallen, wie die Märkte darauf reagieren, gerade mit Blick auf die US-Notenbank, die FED. Und ja, es stehen aber noch weitere wichtige Indikationen, gerade aus der USA an. Und ja, wir blicken jetzt mal auf unsere Sichtweise und wir beginnen mit den Crash-Indikatoren. Denn immer dann, wenn das Bild wie hier sich aus einem negativen Bild schrittweise aufklart, dann kann man da einiges an Zusatzinformationen rausziehen. Ich habe euch beide Crash-Indikatoren, die wir haben, mit Beispielen aus der Vergangenheit untermauert, damit ihr euch ein genaues Bild von diesen Crash-Indikatoren und dem jetzigen Stand machen könnt.